Jetzt ist, für alle, die es nicht wissen, jetzt ist ein No-Build-Cup und das ist etwas, was ich jetzt sehr ernst nehmen werde. 25 Leute qualifizieren sich über die Qualls, glaube ich. Ich werde hier rein-sweaten. Ich sage es euch ehrlich. Also No-Build ist kompletter Sweater-Modus für mich. Das ist, das ist over. Das ist fully over. Oh mein Gott! Erster Kill, Digga! Wichtig! Wenn er mich anfängt abzuschießen, was mache ich dann? Der Wolf hat reingegriefchattet. 28 Punkte ist in Ordnung. Der kann mich aber nicht abschießen in einem Truckhead, oder? Das war ja eine coole Erfahrung. Geil. Ja, das ist der von vorhin, Chad. Oh mein Gott, so wichtig. Du hässliger. Die nehmen das selber nicht ernst. Oh, das ist doch scheiße. Ich würde die nehmen das selber nicht ernst. Die sind ein No-Bild-Bros. Aber maybe ganz rechts rein. Ganz rechts. Über ganz rechts. Über Sectionary. Da hast du so viele Büsche, wo du dich verstecken kannst. Nee, nee, nee. Geh weg vom Werken. Das bringt dir eh nix. Fahr einfach in 10 Sekunden gleich sauen. Aber dein Tank ist halt leer. Auf jeden Fall nicht über Wasser gehen. Bleib schön bei den Häusern, wo du dich verstecken kannst. Maybe kannst du noch da MP-Money kaufen? Ich weiß nicht, wie viel du hast. Dann links. Nee, sogar er. Geil. Geil. Versuch dich jetzt schön bei den Bäumen und Büschen immer zu behalten, falls du raus musst aus dem Auto. Also fahr jetzt so rechts. Rechts herum. Rift. Oh Gott, geil. Geil, geil, geil. Nimmst du mit für Nebel. Für Nebel. Da oben ist einer. Ja. Okay, sieh alles gut. Warte, bis dein Leben... Bleib im LKW, bis dein Leben regenerieren. Nice. Cool. Jetzt einfach chill. Einfach gar nix machen. Einfach Placement holen. Sind die alle hässlich? Ja, Solo-No-Bit-Bock gar nicht, ne? Das ist so eklig. Maybe jetzt ein Truck. Was ist denn der? Nein. Einfach ins Haus rein. Oder ins Auto. Ins Auto. Sind alle wanted die Autos. Nächstes Auto? Du hast kein Damage gekriegt. Maybe steckst du da in den Truck ein vor dir. Vor dir der. Links. Der blaue. Du kannst hochklettern aufs Dach. Nice. Beifahrer und Medkit. Perfekt. Die Büsche vor dir. Wenn dein Auto gleich kaputt ist, rennst du in irgendein Busch da vorne rein. Und wenn jemand einsteigt, nicht schießen auf dein eigenes Auto, ne? Einfach chillen. Oh mein Gott, Heavy Sniper. Du hast die Hände. Perfekt. Einfach die ganze Zeit. Du hast 30 Uses. Versuch die ganze Zeit. Nice. Ins Auto. Perfekt. Egal. Top 4. Ist gut. Mit dir schütteln. Geil. Was ein Nacken. Nice. Scheiß auf den. Ich muss den Double kill. Nein, nein. Scheiß drauf. Doch, doch. Chapix. Shit on. Chapix. Komm her, du Lockenkopf. Habt ihr gesehen? Ich hab Chapix gebumst. Ja, seid ihr hässlich. Weißt du, steig in den Truck? Oh mein Gott, was? Hey. Alles gut, nicht paniken. Einfach langsam fahren. Er kann nichts machen. Du hast noch sechs Impulse. Warte, bis dein HP wieder voll ist. Ist da drinne? Ja, da ist drinne. Chill einfach. Du hast sechs Impulse. Einfach warten, bis Tank leer ist. Und fahr gleich schön in so. Fahr wieder hinter den Berg. Jetzt schlag aus und Impulse ganz weit weg. Erwie nimmt den Berg ein. Nice. Splash dich voll. Splash dich voll. Und Impulse weg. Baby, wenn der kommt. Nice. Dann den Truck rein, baby. Du bist nicht in den Zone. Low. Kein Appel. Kein Impulse mehr. Egal. Nice. Ist der hässlich. Gehen alle auf mich? Arschgeigen. Was ist das? Soll ich den Wumsen oder nicht? Nein, nein, nein. Hol nicht, hol nicht. Guck, dass du in der Nähe von dem Rift bleibst. Guck mal, wo die Rifts sind. Ich kann den Wumsen. Ich hab Heavy Sniper. Ja, wenn du machen willst, dann mach. Wenn du kommt und bist den Kill, dann mach es. Deine Entscheidung, ob du killst oder nicht. Lass mich hier. Lass mich hier. Lass mich hier. Nice. Kalle, raus mit dir. Ja. Jetzt geh pushen. Jetzt geh pushen. Meine Beagle ist jetzt. Bleib im Truck. Bleib im Truck. Bleib im Truck. Bleib im Truck. Das ist ja super. Jetzt los. Geh auf die Straße. Geh auf die Straße. Ist eingestiegen. Ja, ja, ist okay. Fahr durch die, fahr durch die Ding da hier. Die Shockwaves. Die Shockwaves. What? Egal, Top 6. Egal, 6er. Ja, ja, Top 6 ist so lauf. Digga, ich bin halt fucking 84er. Ja, Digga, das ist ein Puppet. Das ist fucking free. Ich schwör's dir, das ist komplett free. Warum hat das keine 30 Schuss? Oh mein Gott. Digga, der will nur mich tablikieren. Hallo? Oh mein Gott. Du bist so shit. Du bist shit. Ich weiß nicht, warum du dieses scheiß Spiel spielst, aber du bist scheiße. Oh nein. 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 Oh Gott. Digga, jagt er mich across the map, um instant ge*****t zu werden. Nee. Das ist ja super. Das ist unlucky. Das ist unlucky. Real Talk. Magician ist jetzt hier. Der wird mich hier live coachen. Der ist im Discord mit dabei. Ich habe nämlich das Noise-Canceling-Headset von Razer auf. Und Razer ermöglicht, dass ich auf die Dreamhack gehe, Chad. Auch dicker, fetter Kuss daraus. Was denn der? Was denn mit ihm, Digga? Du bist der Beste. Kuss. Gib mir her die drei Punkte. Digga läuft da einfach rum wie so ein Rando. Ich habe halt nur noch den One-Shot-Truck da vorne. Der ist auch noch im Auto da unten. Du kannst das Auto aufnehmen. Theoretisch. Oh, da ist einer im Busch. Ja, das ist noch Impuls. Da ist immer einer im Busch. Das ist auch einer. Der hat gebaitet. Maybe ein Puls nach Zone raus. Ich muss hierbleiben. Ja, bleib genau bei der Kante. Ist gut. Pass auf, dass da links keiner hochkommt. Oh, ne. Unlucky. Mach mal kurz den Baum selber kaputt hinter dir. Dass er nicht, ob ich drauf fällt. Schön. Andone, shit on. Stark. Bleib doch stehen. Das ist gut. Das war ja dumm. Alles gut. Du hast doch Ihre ownmal Unfütze. Ich bin Many of the Wenn wir irgendwas Auto kaputt machen, das ist ziemlich Low. Scheiß auf den oben erstmal. Scheiß auf den. Ich war lieber, wo die Beiden unten sind. Immer noch ein Impuls. Weiter hinter dir. Der letzte Gegner. Oh mein Gott! What? Das sind die ersten 100 Subs, Chat. Das sind die ersten 100 Subs. Holy shit, mein erster Lanwin. Oh ja, das schmeckt doch gar nicht für die, wenn die von so einem Rentner wie mir geholt werden. Was? Ist das dumm? Ich habe einen zweiten. Oh, du hast einen zweiten. GG. Ich musste ihn hinter dir lassen. Ja, natürlich. Oh mein Gott. GG, Mann. Well played. Holy fuck. Also ab jetzt, Chat, ab jetzt kann ich jeden chittalken. Hast du schon mal einen Lanwin geholt? Ne, ich ja. Scheiße. Let's go. Oh, du bist ja richtig scheiße. Big Amar, confident, Chat. Let's go. Oh mein Gott. Melwin, was ist denn mit dir? Ich könnte auf die Sachen gehen. Es war noch einer da drin, ja. Oh, das ist ja nicht so gut. Alles gut. Trotzdem high going. High high. Pass auf, dass er nicht pusht. Unlucky. Ah, Floris. Ich habe noch ein paar Punkte mitgenommen. Den kenne ich. Der ist richtig scheiße. Den hat er dreimal geschüttet. Den hast du. Ja. Bam, Mann. Let's go. Don't contest the Big Amar. Nice. Let's go. So fucking wichtig. Chat. Du bist dann fully fine. Hä? Du bist fully fine. Ich bin fully fine. Ja, ja, safe, safe, safe. Vergiss nicht, wenn irgendjemand richtig Auge macht, rift weg. Dann rift ich, ja. Instant riften. Oh, die Impulse sind weg. Schade. Hä? Kann ich eben outriften? Äh, ne. Muss aussteigen. Nice. Oh, 15 Sekunden. Wo soll ich hin? Ja, schwer zu sagen. Eher am Rand irgendwo auf jeden Fall. Ja, flieg da rüber. Neh mir den Truck rein. Schauen wir mal, ob da noch zwei, ob da noch Platz war ist. Ja, kein Tanken. Ja, kein Tanken. Das ist ja super. Du kannst ja theoretisch auf den Baum hochimpulsen. Das nicht. Im ein Das ist der Zupport. Das war die verrückteste Runde, glaube ich, die ich jemals in meinem Lieben gespielt habe. Also Real Talk, Chat. Ich habe gar keine Ahnung, was da passiert ist, Digga. Frey und Lame gingen ja gut ab, Nyrox auch. Ey, wir sind Top 11, Chat. Wir sind Top 11 gerade. Schmeiß, Junge. Ist der dumm? Ist der dumm? Hä? 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 Ich denke mir jetzt gar nicht gut. Gut. Ich gehe anderer Seite, oder? Ja. Oder soll ich Wasser gehen? Nee, warte, du kannst doch zur Ruine theoretisch. Schauen wir mal, ob da wer ist. Ja, da ist jemand. Das ist Quatsch. Zwei. Soll ich Wasser gehen? Ja, da haben wir wieder hin. Da war ins Haushalt. Na, da ist auch er drin. Da ist halt nichts ohne dort, ne? Wenn du angeschossen wirst, Rift-Dance den Weg. Unlucky. Ich weiß auch nicht, warum er nicht von dem anderen angeschossen wird. Der ist direkt neben ihm. Du bist scheiße. Der ist auch sehr krank, eigentlich. Der ist auch sehr krank, eigentlich. Der ist auch sehr krank, eigentlich. Du kannst dann eventuell runter in den Puls in den Busch rein. Ne, da sind auch schon welche. Der ist einlucky. Richtig Nice Ein Tick Fünfer Tick Zone Decker Ich fasse es nicht Das ist so dumm Nicht einen Tick Und das man Das habe ich gar nicht im Kopf gehabt Dass man Wenn man aus den Spiderman rausgeht Nicht direkt schießen kann Das ist unlucky Du hast noch eine Minute Ja